Ja, wir bauen das noch mal ab. Tasch, ecke, und das ist das, was hier noch ansteht. Fackel, fackel, weg, weg, fackel, fackel. So, gute Nacht. Hoey, es regnet immer noch. Hat aufgehört. Brenner Zombie, äh, Skelett. So, wie ich das hier auf jeden Fall wiederfinde. Ich mache ihm jetzt diese typischen Signale, die zwar extrem hässlich sind, aber immerhin gesehen werden können. Sogar, drei Creeper-Bild. Du, aua, nom, 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 nom. Cliple. Bam, crit. Nein, mein EP. Nee, da können die Glühber gleich von oben kommen. Schlechte Idee. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch die Lecks sind, weil es schwankt doch schon manchmal ein bisschen hier noch. Vielleicht doch noch Chunks-Updates sind, die dann gemacht werden. Ja, wir laufen jetzt mal einfach in die Richtung. Und ich hoffe dann einfach, dass wir noch was finden. Ansonsten, naja. Neues Haus. Und ein paar Hühnchen kann man ja auch töten, gibt es ja jetzt auch mehr als nur Feder. Und ansonsten machen wir dort hinten noch Clear. So, noch sehen wir den Turm. Man muss ja auch denken, dass wir uns verlaufen, ist echt. Ach ja, ich bin zwar, obwohl die Playlist jetzt schon etwas älter ist, trotzdem noch hübsch, können wir die Lieder selbst gerne an. Zwar Offscreen jetzt nicht so, aber die sind doch relativ gut. Wer es nicht findet, äh, ja, guck mal das Light. Es ist jetzt nicht so, dass es mir egal ist. Nö, nö, interessiert mich schon, was ja auch mal zur Playlist sagt und allgemein. Doch, äh, ich hab die ja ausgewechselt. Ich muss die ja auch anhören können. Das sind Freimusik, ja, äh, da muss man schon gucken, dass man da auch was Gutes findet. Zu Hause. Kein Zuhause. Nur noch mehr Wald. Oh, da ist ein Fluss. Oh, da ist ein Fluss. Oh. Oh. Ist das Wüste oder ist es auch dann mehr? Also nicht mehr. Mehr, sondern mehr. Mehr, sondern mehr. Oh, hau. Oh, nicht, oh, 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 na. Egal, wir sind voll satt, das wreckt sich schon wieder. Komm, update mal die Chunks, mein Freund. Äh, gucken wir mal. Das sieht echt vielversprechend aus. Ich glaube, ich hole da mal mein restliches Zeug, als das, was ich gerade eben hergestellt habe, weil Bett ist schon ein Rohstoff mit hier so Wolle und allem. Wo, den man vielleicht doch dann mitnehmen sollte. Ja, ich habe jetzt keine Lust auf Schafe jagen. Aber die Berge sind alles schön geworden. Die zusammenhängenden Flüsse, nicht nur so Pfützen oder so gehen oder das ganze Meere gleich. Dann hier auch richtig so richtig schön. Aber ich hoffe dann einfach mal, dann finden wir irgendwann unser Häusler wieder später. Ja, da sehen wir schon ein riesengroßes Apartment gebaut haben. Vielleicht nur 200 Meter weit weg, wir sind nur immer ein bisschen zu wenig gelaufen. Ach ja, hör doch mal auf, hier was zu sprechen dabei. Die Ups sind down. Die Ups und Downs von den Minecraft-Bergen. Sind ein paar viele Berge geworden. Im Endeffekt. Jetzt ist es nicht so, dass mich das stört. Es ist nur minimal nervig, weil gerade Linie ist ja immer schnell. Weil man dann halt immer hoch, runter, hoch, runter wohnt. Gerade wegen dem Gehüpfer. Das sagte ich ja vorhin schon. Letzten Part, also Part 8, habe ich ja das schon gesagt. Deswegen wollte ich ja auch von dem Berg runterziehen, weil ich hatte keine Lust, jedes Mal bis hoch zu hüpfen. Das ist einfach ein bisschen wahr. Mag ich nicht. So, dann wären wir schon. Hallo, Dreck. Auf und. Ach, meine Güte. Die Virendatenbank wurde aktualisiert. Das ist schön, Elvis, dass die Virendatenbank aktualisiert wurde. Dann halt ohne Schaufel. Obwohl. Unten kann ich mir noch eine Prone picken. Hallo. Äh, Sticks haben wir nicht. Dann brauchen wir mal Sticks. Mann, sch- Ne, ich schaufel wollte es aus. Und die Sticks wieder in die Tasche. Knock, 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 knock. Knock. Dump, dump, dump. Und die Tür nehmen wir auch gleich mit. Hauptsache, wir haben ein Bett vor der Tür. Ah, ne Fackel. Ich lass mal nicht hier. Komm mit. Oh, dieses Loch. Wahrscheinlich tausendmal verrecken, Ritter. So, diesmal nehmen wir aber nicht den gleichen Weg. Dann nehmen wir nämlich den, wo wir uns ständig die Beine brechen. Dann haben wir den nicht vor uns schon. Du sagst, du werden eben nicht den gleichen Weg. Glückwunsch. Harte Wolle färben. Tiefe Wasser. So, auf nach oben. Kohle holen. So, so. Das war's schon. Ich hoffe nur, dass es mehr ist. Na, Huhn. Ich glaube. So, das ist ja hier dieser riesen Fluss. Dahin vielleicht. Ich hör doch auf mit den Vermutungen. Ich weiß eigentlich, geht's da rechts lang. Mann. Oh, ganz viele Bogen. Blümchen-Fackel. Blümchen-Fackel. Oh, ja, 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 es ist, es ist, es, ihr merkt, oder? Es ist, es ist schon wieder zu spät. Es ist zu spät für mich jetzt nicht. Ich habe auch schon mal über professionelle Hilfe nachgedacht, deswegen, aber dann. Äh, aber die, die hat dann auch, die ist dann weit weggelaufen, wegen der gesamten Sache, die ich so, naja, war dann irgendwie so, naja, war dann auch nicht so ergiebig, wie man sich dann vielleicht hofft manchmal. So, hier. Nein! Nein! Geht weg! Geht weg! Geht weg! Toll! Toll! Ja, jetzt sind wir endlich wieder zu Hause. Wie? Nein! Nein! Fuhu! Ihr Homebett ist weg. Ja, weil mein Homebett wurde ja gerade abgebaut. Da war einfach so ein Drecksloch im, im Boden. Oh, Mann. Die ganzen Items. Ach, Schaf. Irre. Apropos Schaf. Ich wegrenne. Ich brauche wahrscheinlich gleich ein neues Bett, also brauche ich auch neue Wolle. Nicht wegrennen. Ja, dass die Viecher fliehen, irgendwie, ne, rennen die ja richtig weg. Okay, ich bitte auch realistischer. Hä? Bin ich denn hier? Ist ja trotzdem ein Startpunkt, wo ich am Anfang war, oder? Gute Musik. Mal gucken, was daraus wird. Schafe! Weil es wird schon wieder gerade dunkel. Ich fühle dich ja von hier besser nach Hause. Toll. Toll. Echt toll. Toll, wie 1.8 schon mal beginnt. Echt. Echt klasse. Komm, Kretz. 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 Nein, nicht mehr Kretz. Sterben. Danke. Ich höre. Nummer zwei. Ach, Mann, bleib stehen. Hallo, sterben, danke. Ach, geht so unglaublich schnell. Echt, äh, was ist das denn? So scheiße hat es ja noch nie begonnen. Es regt mich langsam, regt es mich, äh, auf. Ah, ja, das ist gerade mit dem Riesenloch. Ah, mit dem Creeper und so. Und dann war das erst wieder scheiße, dass das so funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Nein, nicht wegwerfen, was tust du? Ja, schöne 8-Bit-Musik. Toll. Na toll. Na toll, jetzt habe ich aber keine Lampen. Alles Dreck. Alles Dreck. Echt, äh. Ach, ist doch alles unschön. Aber ich glaube, dann beende ich einfach hier den Part. Ja, ich mach mal kurz noch eine Erbrechung und, äh, Wer hat mir klar, was ich gleich mache. Bis dahin. , alsof ich które Aqui. Ich hoffe, dann Sinle.